hallo herzlich willkommen zurück zu medieval das letzte mal haben wir uns ein bisschen schwer getan bei den vogelscheuchen und dort müssen wir dann irgendwann mal wieder zurück aber das werden wir nicht jetzt machen weil wir brauchen ja ein zahnrad für den medischer aber dann müssen wir wahrscheinlich in einer anderen welt finden und vielleicht ist es ja in der kürbis schlucht wer weiß bin gespannt ja und ich hoffe euch geht es gut soweit nach der stunde schon startklar fürs wochenende oder habt schon wochenende und mir fällt gerade auf dass ich ein bisschen wenig leben habe ich hoffe dass es da oben irgendwo einen jungbrunnlein gibt deswegen spiele ich jetzt hier ein bisschen auf safe was was Wut? Okay. Äh. Geradeaus sollten wir nicht gehen. Ich hab keine Ahnung was das jetzt war. Äh. Vielleicht mögen sie euch ebenfalls. Nein. Anscheinend nicht. Na gut. Böse böse Kürbis. Ganze böse Kürbis. Was ist denn hier? Ja. Wie viel? 4, 5, 6, 7. Gut. Aber ich muss es da durch. Wie? Hä? Okay. 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 Wie mach ich das am besten? Ich denke. Hier irgendwo. Und. Freunde. Gegner. Rithauswölfe. Ja. Rithauswölfe. Fledermäuse. Ah. Mit Schwert funktioniert es. Gut. 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 ublic. Moment einmal. Moment Moment. Wo ist die? Man isst, was man isst Kann ich die essen? Entweder ich gehe jetzt da runter Moment, das sieht ziemlich Nein, hier geht's kaum Ich schau mal, was da hinten noch ist Ich glaube, das ist eine Art Citrit-Boss Wenn es sowas hier gibt Tut mir leid, dass ich jetzt wieder ein bisschen auf Safe spiele Ich will nicht schon wieder da angehen Ich gehe mir dann nicht so So recht Ha, you bitches Ok, ich brauche schon einen Jung Einen Jung, warum nicht? Ich brauche schon einen Jung Hier Ich dann spucken Scheiße, hier ist nichts Das ist eine coole Idee Nein Wir tun noch nichts Ja Das war mal eine geile Idee Das war echt eine Yes Ich probiere jetzt mal jetzt was und jetzt probiere ich noch einmal das war so und es bringt mir würde ich mal dienen ich die ist so hat sich ein bisschen mehr leben gut das bringt nichts durch die mal wieder weg so da es haben wir hier dann haben wir hier einmal alles hier sagen sie mir wahrscheinlich das wird hoffentlich nicht passieren offen wie es mal das war ich muss ich muss sich hier lang ja die erdruhne gehört mir hätte ich dort auch ja okay dann muss ich dann zum schluss hin so da jetzt probiere ich es mit der hühnerkeule dann bringt nichts dann muss ich wollte zum bis mit dem erledigen so da noch einmal gut dass die dolche nichts kosten leben sehr gut und ein silberschild hier kann ich vielleicht sogar rein was gibt es das wieder schon das ist wieder short cut cool jetzt müsste ich eigentlich hier hier das sieht nicht sehr einladend aus ich weiß nicht was das ist nicht 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 Autsch. Ah, das war jetzt das Fische. Ich werde jetzt mal mit dem Ambus versuchen. Und hier. Kommt zu Sir Daniel! Oh yeah! Kann ich hier durch? Nein. Okay. Okay. Jetzt. Jetzt bitte lieben. Okay, jetzt bitte lieben. Jetzt bitte lieben. 85% ein Kelch, das ist sehr gut. 91% eine Schwäche fürs Trinken. Wer hat Döde und Misch? Ja! Der Kelch ist fertig. Jetzt muss ich ihn nur finden. Ist er vielleicht hier? Nein, aber... Na! Na, 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 na. Wer neigt euch vor dem Herrn des Gemüsefelds, der einzigartige Pflanze, die mit ihren edlen ranken eine Armee ins Feld führt? Er ist rund! Er ist gesund! Und er ist Xaroks Geheimrezept! Er ist König Kürbis! Schöne. Schön. Schön gesagt. Aber ich werde zum Beispiel hier gehen. Ah! 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 Schöne! Ah! 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 gedacht und hier war ich da vorher ich war zwar hier ich muss hier runter ja sehr gut jetzt kann ich jetzt zu könig kürbis gehen wir gehen jetzt mal zu könig kürbis oder kürbiskönig oder da muss man nachher noch meine einkaufsdienste fertig schreiben muss man einkaufen ich habe wirklich nichts mehr zu hause das ist nicht so cool jawohl gestärkt zu können wenn wir gehen zu könig kürbis ich weiß wo der ist ich weiß wo der ist hier durch hier genau hier war es und habe das level jetzt geschafft okay wir haben es geschafft gut okay im helden saal muss man sich verbündete suchen zack richardsch kaum rollen ein paar zombie köpfe und schon glaubt ihr ihr habt euch im kampf verdient gemacht ihr seid doch lange nicht am ziel das wären sie hier das weiß ich ich habe hier was dass ich euch leihen könnte nehmt es wenn ihr wollt denkt aber daran dass ich das nicht für euch klapperigen schwachkopf tue nicht nur sondern nur für das arme Volk von Galloway sondern nur für das arme Volk von Galloway wow er gibt mir zwei schatzkisten das ist doch mal schön und dann so dann würde ich mal sagen also ich beende die folge hier ähm ich hoffe dieses Video hat euch gefallen wenn ja lasst eine bewertung da würde mich sehr freuen und ja mit dieser schönen landkarten würde ich mal sagen ich hoffe es hat wieder ist ab nächstes wieder wieder mit dabei und dann hoffentlich ciao und bis zum nächsten mal bei medieval